Das Topspiel am Freitagabend zwischen Bayern und Bayer Leverkusen hatte es wie erwartet in sich, doch was ist überhaupt geschehen? Zunächst einmal kam die Elf von Xabi Alonso, also Bayer Leverkusen, recht schlecht ins Spiel. Sie haben es eigentlich wie gewohnt recht mutig gespielt, aber hatten da den ein oder anderen Fehler recht früh im Spiel schon drin und dementsprechend sind die Bayern auch recht gut draufgegangen, konnten da schon die ein oder andere Chance sich rausspielen und hatten generell einen guten Start, der dann auch belohnt wurde durch ein eher glückliches, aber auch schlecht verteidigtes Eckentor. Sané, der heute alle Ecken geschlagen hat anstelle von Kimmich, bringt den Ball, Tapsobar verlängert ihn unglücklich und Xhaka verliert da Kane aus den Augen, der zum 1 zu 0 früh einköpft in der siebten Minute. Dann hat Leverkusen es geschafft von Minute 10 bis Minute 20 so in etwa das Spiel zu beruhigen, so dass es weder auf der eigenen noch auf der gegnerischen Seite zu großen Chancen kam und sie kamen dann eben selbst viel besser ins Spiel und von der 20. bis zur 40. Minute, also den Großteil der ersten Halbzeit, waren sie eigentlich auch spielbestimmend, beziehungsweise das ist glaube ich gar nicht das richtige Wort, sie waren halt nicht unbedingt mehr am Ball, aber haben das Spiel in der Phase dennoch dominiert, sowohl im eigenen Ballbesitz, aber auch gegen den Ball ließ man den Bayern wirklich keine Chance in der Phase, denn man hatte sowohl ein gutes Gegenpressing, aber auch generell hat man es komplett Mann gegen Mann über das gesamte Feld verteidigt, dementsprechend war jedem Bayernspieler immer ein Gegner zugeordnet und Leverkusen hat es echt konsequent verteidigt, vor allem die Halbverteidiger mit Tapsobar und Kosonu haben da wirklich gar keine progressiven Pässe der Bayern zugelassen und immer wieder schnelle Ballgewinne forciert, wodurch dann eben Leverkusen auch viel gefährlicher wurde und dann eben in der 24. Minute den Freistoß rausholt, den Grimaldo da natürlich überragend verwandelt. Ich habe es tatsächlich schon gedacht, als er gefoult wurde, ja jetzt wurde ja der Schütze gefoult und dann haut er ihn einfach so rein, überragende Schusstechnik, starkes Tor und dementsprechend mit den Folgeminuten dann auch der verdiente Ausgleich. Dennoch konnte sich die Werkself mit dem Unentschieden zur Pause dann recht glücklich schätzen, denn die letzten 5 Minuten, so ab der 40. bis zum Pausenfiff, ist der FC Bayern wieder richtig am Drücker, hat da einige Hochkaräter und könnte da durchaus wieder in Führung gehen, weil sie sich eben vorne festgesetzt haben und gar nicht mehr wirklich den Ball von hinten nach vorne bringen mussten, sondern ihn direkt vorne hatten und da dann eben auch drauf geblieben sind. Dann ist das Spiel nach der Halbzeit aber extrem abgeflacht und man dachte so, okay, die erste Halbzeit hat jetzt den Erwartungen entsprochen, jetzt wird es wahrscheinlich ein langweiliges 1 zu 1. Es gab wenig Aktionen auf beiden Seiten, weil sie sich auch gut aneinander angepasst haben, zur Hälfte, zumindest defensiv gesehen, aber es kam dann doch nochmal anders und ich würde sagen, zum Ende hin wollten dann beide Mannschaften nochmal den Sieg gewissermaßen erzwingen und sind auch ins Risiko gegangen, die Bayern allein mit ihrem Selbstverständnis immer zu gewinnen, vor allem zu Hause, aber auch Leverkusen mit einem recht mutigen Wechsel mit Adli für Frimpong auf der rechten Außenbahn. Dann gab es zunächst wirklich Hochkaräter auf beiden Seiten, wirklich ein Hin und Her und dann sollte sich zunächst einmal der Wechsel von Adli so ein bisschen rächen. Ich weiß nicht, ob in der Situation Frimpong vielleicht ein bisschen defensiver gewesen wäre zum Verteidigen, im Nachhinein weiß man es nicht. Auf jeden Fall ist es der eingewechselte Matissell, der in den 16er dribbelt und dann eben den freistehenden Goretzka in der Mitte bedient, der dann eben in der 86. den Führungstreffer erzielt, wo man dann dachte, okay, wieder wie in Gladbach ein später Siegtreffer für die Bayern, die holen jetzt einfach die dreckigen Siege, aber es sollte dann doch anders kommen. Denn Leverkusen kommt nochmal und in der 92. Minute ist es dann Alphonso Davies, der Hofmann, da so ein bisschen unnötig von hinten fault, steigt ihm da auf den Fuß, ist jetzt nicht der klarste Elfmeter überhaupt, aber ganz ehrlich, der Kontakt ist klar da, ist auch vor allem recht unnötig, da von hinten so reinzugehen, weil da wirklich gar keine Gefahr von ausging. Für mich ist es ein Elfmeter, ich habe es jetzt noch nicht allzu oft angeschaut, wird glaube ich in den nächsten Tagen noch öfters diskutiert werden, aber ich hätte den spontan auf jeden Fall so gegeben und dann ist es natürlich der Bayern-Schreck, vor allem mit Elfmetern, Palacios, der dann in der 94. verwandelt und somit den, wie ich finde, verdienten Endstand mit 2 zu 2 besiegelt. Klar hätte das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen können, aber wie ich finde, ist es dem Spielverlauf schon entsprechend. Bayern hatte vielleicht von den Expected Goals ein bisschen mehr, dennoch würde ich sagen, dass von Leverkusen das Offensivspiel durchaus strukturierter war und sie teilweise heute einfach zu ungenau waren und im letzten Drittel eine schlechte Entscheidungsfindung oft hatten. Vor allem Boneyface könnte da eigentlich locker 2-3 Tore machen, hatte heute ein schwächeres Spiel, auch wenn er dennoch aufgefallen ist und alles in allem unterstreicht das Spiel, glaube ich einfach, dass das die zwei Top-Kandidaten für die Meisterschaft sind. Ich glaube kaum, dass eine andere Mannschaft sich da Chancen ausrechnen kann. Das sind jetzt einfach die zwei Top-Favoriten, sieht man ja auch an der Tabelle und ich glaube, zwischen den zwei wird es sich entscheiden, ohne da jetzt irgendwie eine große Prediction treffen zu können, wer von beiden es wird. Ich fand Leverkusen vom Positionsspiel, wie sie die Angriffe strukturiert aufbauen, eigentlich deutlich besser und glaube, dass sie so schwächere Gegner öfters besiegen können. Andererseits hat man da die Bayern, die eben auch gegen schwächere Gegner gewinnen. Vielleicht nicht so überzeugend, aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Das soweit meine Analyse, mein Bericht zum Spiel am Freitagabend zwischen Bayern und Bayer Leverkusen. Was sagt ihr zum Spiel? Stimmt ihr meiner Einschätzung zu? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!